Die Menschen im vorchristlichen Altertum erklärten sich die Naturereignisse und die Entstehung der Welt mit dem Wirken der Götter. Die antike Mythologie ist reich an Göttern, die den Menschen in ihren Problemen und Gefühlen ähnlich waren. Sie waren eifersüchtig, bestechlich und manchmal auch rachsüchtig. In der Vorstellung der Menschen hatten Götter die Welt erschaffen und regelten die Naturereignisse. Wenn die Erde bebte und das Land überschwemmt wurde, verursachte dies Poseidon, der Gott des Wassers und der Erderschütterung. Für eine reiche oder karge Ernte war Demeter verantwortlich, um nur zwei Beispiele zu nennen. Mit Ritualen, Opfern und Gebeten versuchten die Menschen, die Götter, genädig zu stimmen. Als die Schriftsteller Homer und Hesiod um 700 vor Christi Geburt die antiken Mythen sammelten und niederschrieben, wurde die Götterlehre das erste Mal diskutiert und kritisiert. Es kam der Gedanke auf, dass die allzu menschlichen Götter eine Erfindung der Menschen selbst seien, geschaffen nach menschlichem Vorbild. Nun trat die Philosophie auf die Bühne der Geistesgeschichte. Sie suchte nach natürlichen Erklärungen auf die Fragen, woher kommt die Welt? Was ist der Ursprung von allem? Woraus ist die Welt gemacht? Wie entstehen Naturprozesse? Die Entwicklung dieser neuen Denkweise war ein langsamer Prozess des Überwindens und Ersetzens alter Mythen. Von den ganz frühen antiken Philosophen blieben der Nachwelt leider keine ausführlichen Quellen erhalten, allenfalls Fragmente und Zitate. Der erste uns bekannte Philosoph ist Thales von Milley.